Everyday I'm shufflin Everyday I'm shufflin Der Larry heißt wie unser SchockGP hier mit Vornamen Alex Und der Terry heißt mit Vornamen Marvin Hallo das bin ich Und ich spiel zusammen mit Kevin Und wir ficken euch Ja wir sind hier auf so einem bestimmten Server Da kann man nämlich richtig geil die infizierten aufwählen Nicht mehr Was? Nicht mehr? Aber es gab nämlich immer früher so Server wo man auswählen konnte Gibt's heute auch noch Der springt da so geil rum LOL LOL wie geht denn der ab? LOL Das war kackt LOL LOL was geht mit dem Geschenk ab? Das rennt voll weg HILFE Jawoll Ich bin ein Potspock Naja Ja Hat dich gesehen Nein meine Hauptklappe Ähh Seid ihr Pros in dem Spiel? Könnt ihr das gut? Spiel der ist lange Gern aber Mein Spiel reicht um AFK Leute nach 25 Schüssen zu treffen Ist doch schön Wunderbar Ähh Wir müssen runter Der Schuss Glaube ich Ja das passiert immer Ja Das nennt sich Teambeschuss Böse Oh Nein Nicht mehr Ja da hab ich 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 Blöds hat er mich Danke Nein hat er nicht Boom mit dem Schläger drauf Hier wird die Schöne verkranken Hier wird die Schöne verkranken Boah Muss ja jetzt sein dass du vollgekotzt wirst Nein Da sind Jockey Jockey Da hab ich dich Stemm sie es Nein ich will nicht den Chat öffnen Oh ich war den Chat geöffnet Aber hier liegt noch ein Baseballschläger Wo? Da kommt man hoch Liegt kein Baseballschläger Doch er wartet uns Hey wake up Nö Hey wake up Warum werd ich angestupst Lade nach Scheiß ich will nicht angestupsen Doch ich werd angestupst auf diesem Server aber nicht von euch oder? Nein wir werden von einer anderen Seite Achso dann bist du wahrscheinlich von... Angestupst worden Ja Ich bin ja ich komme von Stuckel Hilfe Mich hat ein Hunter Hilfe Alter Alter oder noch Die Dinger Au Ich würde äh Server läuft anscheinend nicht Nicht soo gut Das sieht man an den lustig bangenden Zombies Achtung und meinen Prologen Oloi und da hattest du ihn er hat eine Punkt Achtung die Klinik die Klinik die von links der Klinik rechts den Schmerz alle er war nicht nur Leute Bill! Bill! Ich komm da nicht raus, ey, zu dem. Achtung! Oh! 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 Achtung, Smoker da hinten. Achtung, Smoker! Ja, lauf hier nicht. Na komm! Ja, g-nau. Stupid Smoker. Worn und tot. Jetzt hier musst du den Chat schreiben. Ja, brilliant. Und da ist ne Witch. Also mein... Und ich hab mal Köder geworfen, ne? Ja. Oh! So, hab ich's all out there. Oh, oh, incoming, warten wir kurz auf. Wir haben 50% des Weges geschafft, wir sind schon ziemlich gut. Aber ich weiß, dass wir das noch besser können. Oh nein, das geht auch nicht. Wo? Wo ist die? Wo ist die? Oh, da vorne, schieß doch! Nein, Smoker, schieb ihn da hin. Nein. Nein, Loll, die haben uns noch einfach anders gemacht. Loll, Säure! Loll, 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 Loll. Nein, der Schwarz überlebt, nur weil er schwarz ist. Nur weil er schwarz ist. Oh, oh! Ich bin noch nicht Black-White, ich kann es zurückhalten, also. Schreibt man Cherry mit A oder mit E? Ne, Cherry hieß es dann Cherry, ne? Aber mit einem R. Der Smoker hat auch schon eine Ecke. Alter, was? Ich war gar nicht mit der Säure in Kontakt und schon kriege ich Schauen. Und so? Ja. So ist wieder AFK. War wieder nett. Wer ist AFK? Nee, sorry, war gut. Brain AFK. Brain AFK, ja, ja. Ah, wir müssen hier rein. Loll! Jockey. Ja. Aufs Maul. Komm runter. Runa, Runa, Runa. Charger fail. Ich hab ihm voll ins Maul geboxt. Defi, Prelator, nehm. Geh, Defi. Nehm ich. Genau, du hast nämlich. Ach, dafür mach ich den, ich mal. Wurst! Hilfe! Bill! Boah, Bill, ey. Ich hätte euch alle. Boah, lecker. Defi, Mord, Marsch, oder? Oh, Leute, da liegt ne Magnum. Wo liegt da ne Magnum? Ich hatte noch nie ne Magnum. Ne, ist, ne. Das ist keine Magnum. Ey, was machst du da hinten? Du bist nur... Komm ich schon gleich zu reisen, aber ich bin schon Smoker betestet. Dankeschön. Ich hab's gesehen. Und der nächste Smoker hat ihn. Flitter fail. Ah, wir kacken gerade so ab, ey. Ich fail die ganze Zeit. Ist nicht so blöd, wir... Die Flächen fangen. Nein. Nein. Komm schon, ah, schade. Wollte ich in den Raum wegschleppen. Ich... Ganz arg, oder? So, jetzt war das so blöd. So, ich muss mich ganz kurz muten. Ja, mach das mal ran. Da ist ein Molotov. Irgendwo. Wird mir angezeigt. Hier. Hunter. Wart auf, weißer Hunter. Weiß. Warte, heißer Hunter. Wieso schreibt Larry jetzt, äh... Larry macht das gerne. Larry und Terry. Beides mit zwei R, ne? Hab ich richtig? Ja, das ist immer so. Erry. Erry ist auch typisch. Wart, der fail? Ja, richtig fail. Okay, wir sind ja gleich in Safe. Ja, wir haben es gleich geschafft. Und was die... Klar geht das Blitter. Ich will retten. Ich will retten. Nein, nein, nein. Jetzt noch durchwarten. Nein, laufen, 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 laufen. Da hoch jetzt, oder was? Loll, 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 mich hat ein Jockey. Hilfe, 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 Hilfe. Schnell, schnell, schnell. Schneller, schneller. Komm schon. Hilf mir gefälligst. Hilf mir gefälligst. Hilf mir gefälligst. Danke für keine Hilfe. Ja, ist schön. So, ist auch tot. Alter, wir sind gleich alle tot. Ich will in der Fall sehen. Achtung, wenn es jetzt noch der Jockey hat. Ist vorbei. Ah, ich habe den Jockey getötet. Es belebt mich. Kann ich... Komm, ich will jetzt keine Zeit. Okay, Splitter, Boomer. Fuck, komm schon. Man soll sie ja so leben. Ah, da hat es nicht. Nein! Nein! Ja, da hat es nicht. Nein! Ach, nie. Trotzdem, ihr werdet es nie so weit schaffen. Gebt auf. Gebt lieber jetzt schon auf. Oh, mein Gott, ey. Alter, habt ihr das gesehen, wie ich ihn dann noch... ...zwei Sekunden vorm Wiederbeleben weggeguckt habe? Ja, wir haben es gesehen. Hör auf, Rum zu Prei, Jungschen. Rum zu Prei, Jungschen. Ja, wir machen euch jetzt trotzdem nochmal fertig. Ja, genau. Also echt, wie... Wie play for fun? Wenn keiner einen besseren Plan hat, sollten wir da hin. Wieso komme ich denn da nicht drauf? Ah, ja, perfekt. New Spitzkopf. Hey, ja, das ist doch ein geiler Ort zum Spawnen. Äh, Spitzkopf, es ist... Ähm, Zoe... Geil, warte, fall die mal. Oh, Larry hat sich ein Vorjahr geborst. Ey, du bist ein Geschenk, oder? Ja, genau, du brauchst schon mal durch. Oh, okay. Oh, lol, Francis! Francis hat mich einfach mal so eiskalt gesehen, oder was? Natürlich. Ich habe eigentlich nicht alles so schlägt, die Eisheit weg. Ich habe sie 30. Ach, ja. Ich will kein SMG. Also, irgendwer in der Lobby hat keinen Anklass drin. Irgendwer in der Lobby, was? Hat keinen Anklass drin. Ich habe immer... Ja, ich auch. Hopp. Ich muss kurz gucken, ob ich den Kopf schlagen kann. Ach, ich mir was Fichtiges. Ja, geht. Oh, nee, da ist ein Jockey, da ist ein Jockey, da ist ein Jockey, Jockey. Jockey will nicht, Jockey will nicht. Ich bin abgerungen. Scheiße, Mann. Klappt alles nicht so, wie es klappen soll. Ey, das ist ein fetter Boomer. Ja. Ich werde von einem Sproker, ganz weit hinten. Ja, die macht den Fehler, dass die alle getrennt gehen. Guck mal, jetzt ist oben, ganz oben, Zoe alleine. Ja, ich kann nichts machen. Ich werde zum süßen kleinen Rucks auf dem Rücken. Oh, nein. Ah, das läuft doch wirklich. Fett, die Fett ist... ... die hier schon geht. Hunter. Hier, da steht wieder oben. Oh, Hunter hat... ...Genao, mit dem Schläger, ey. Wie unmenschlich. Epic fail. Im Moment fehl ich gerade aber irgendwie, aber... ... es liegt an meiner neuen Maus, die ist ein bisschen ho... ...hypersensitive. Okay, los, halb ich gerade. Oh, sieh. Oh, sieh. Ja, mit Baseball-Schläger geht alles. Ah, Charger. Ich bin ganz verständlich. Charger hat mich wieder neu. Da hättet irgendein Sproker, hab ich gerade gesehen. Ach, Francis, ey. Hättet ihr Francis nicht, ey. Was wärt ihr ohne Francis jetzt? Ihr werdet armselig gelöst. Ja, ich gebe mir gleich so das vor Adrenalin. Ja, ich sehe ihn. Da ist ein Smoker. Ich habe ihn. Boah, ey. Voll fade grad. Mach ich wieder einfach. Ich hole dich. Ich hole dich. Schieb auch nicht. Geht dann auch. Da ist noch Just den Bieber auf dem Boden. Ich riss hier mein Leben. Ach. Hey. Ich kill ihn. Ich kill ihn. Ich kill ihn. Ich kill ihn. Ich kill ihn lieber. LOL. Der hat mich gar nicht getötet. Ja. Soll ich dich heilen? Ne, 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 ne. Hab ja fast ein Dennis bekommen. Bisschen. Oh, hier sind Fette. Alter. Egal, ist das. Na, wer ist? So gut. Ich geh nach vorne. Oh. Ich seh mir nix so wirklich. Schau nicht. Na, hallo. Alter, wie die wieder Rushen hier, ey. Na, die Rushen haben nicht gebossed. Giorgio. Schau, 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 ja. Schau, schau, ja. Schau, 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 ja. Ha, ha, ha. Ich hab noch mal einen guten Raum geschlagen. Fein mich mal. Willst du mich verarschen? Lua ist sofort Aimbot auf mich. Warte, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Teil dich dann mal. Oh, schade. Sorry, Langboe. So ist ich lachisch. Ah, geht auch. Danke. Da oben ist es Smoke. Ja, kannst du auch nehmen. Kannst du nehmen. Ich verarzt du dich. Ja, ein Sieger. Ich hab ne Machete genommen. Was, 75% schon? Das darf ich mir nicht zulassen. Ja, gleich gebossed hab ich noch. Das stimmt. Ihr seid ihr gescheitert. Vielleicht ich muss nachladen. Ne, ihr seid gescheitert ihr jetzt. Oh, ich bin jetzt. Ah, da oben. Da oben ist ein Splitter, ja. Egal, ob da fehlt. Ach, komm ey. Was ist das? Ach, komm ey. Sehr nett. So, Save Room. Ah, hier ist gar nichts. Für Glück. Ach, du bist auch noch tot. Ach komm. Ich bin schon drin. Du bist schon drin, aber ich komm auch hoch. Warte. Ja, komm jetzt halt die auf. Mann. Nein. Yes. Warte. Ich kann sie noch aufhalten. Alle Mann rein da. Nein. Nein, kommst du auch nicht. Kommt doch rein, ihr dumm Bot. Überlebenden können sie sehen. Leute nicht. Ja. Nein, ich bin grad jetzt gespawnt. Nein. Nein, ich stand noch vor der Tür. Wieso? Boah. Nein. Boah. Er sagt mir, die haben's geschafft. Die Spawnzeit ist echt übel. In diesen 15 Sekunden Wartezeit sind jetzt bestimmt schon einen Kilometer gelaufen. Ja, das ist schlecht. Was ist das? Und so heute? Oh, ich spiel zuerst als Infizierte. Ha, wutscht, Jäger, alter. Ah ja, der Beers ambassadors lege. Es sollte ne Zeit geben, wann man die Save Room Türen vielleicht noch einschlagen, dass die Infizierten noch rein können. Ja, geil. Ne, das ist blöd. ist geil der buch unter dann müsst ihr euch mal vorstellen dass er die überlebenden seit jahr hier steht ja gerade reingekommen seit jeder steht da steht man da kämpft und schüttet alle so infizierten die nicht mehr hat den jetzigen ja klar bin ich jetzt mann du bist ja okay aber ich bin was gutes glaube ich jetzt nicht mal meine mitte ist wirklich ich bin kein job erhält möglich nicht an die torteck linie ok Ok, dann geht's aufzunehmen, ja, gut. Schade auf, hey, hier. Komm zurück. Warte, ist das Wetter? Ich hab erstmal... Ich will nicht holen, ich will nicht holen. Ich hoffe, er hat mich. Boah, hättet ihr nicht eure Bots? Ey, was, was wärt ihr dann? Makrelen in der Bratpfanne oder so?